Hallo Leute, ich begrüße euch wieder zu Battlefronts, zu einer meiner Lieblings-Maps, möchte ich sagen. Und dabei... Wow! Dabei ist der Maggi, wie ihr hört, an der Lache. Hallo! Und Maggi's Baby! Nein, das ist der neue Harmson. Um nicht zu sagen, Harmsons Baby, aber Harmson versucht ihm gerade irgendwas in den Mund zu stopfen und... Vielleicht kommt er dann gleich. Da ist er! Sehr gut. Ihr müsst jetzt darauf achten, dass wir auf der Loser-Seite sind. Deswegen spielt wie die Ärsche, ja? Hörst du schon auf? Ja, ja, ich hör schon auf. Dein Baby hat es gut eingeläutet übrigens. Steig mal hinbein. What? Hallo, ich will runter. Oh, da kriegt der ganz ein Ärger. Ich habe einen B-Wing, oder was ist das? Einen A-Wing? Ich weiß es nicht. Diese Flieger? Welche sind das? So, da bin ich extra hingegangen, weißt du? Und dann so was. Wow! Tot! Das war halt jetzt schon, ich hab mich da gerade eingeschlagen. Ey, ich war das natürlich... Mal ganz ehrlich, ich sehe gar nichts. Ich sehe da gar nichts. Also, ich finde Luftschlachten gehen, aber sobald du von der Luft auf ein Bodenziel schießen musst, da ist mein Skill nicht wie deiner für 495, der ist sofort am Ende. Ich kann auch nicht schliessen. Ne, ich kann aber auch. Und gar nichts. Oh, oh, oh. Der hat mich weggebördert. Oh, gemein. Ey, diese AT-ATs, ne? Das fieseste, wo es gibt. Wieso habe ich denn so eine komische... Hä? Und ich gehe jetzt mal um. Vorsicht haben, rechts von dir, genau. Hinten kommt eine AT-ST. Muss aufpassen. Ja, ich versuch's. Ich nehme den AT-ST aufs Korn. Scheiße. Ah, das kenne ich hier oben auch nicht. Hier bin ich immer so ein fieser Eckenkämpfer und trau mich hier einfach in diese Dinger rein. Hab ihn! Setz ich mich hier so hin? Und warte bis zum nächsten Mal in der Ecke. Das bringt jetzt gar nichts auf, die AT-ST zu schießen, oder? Ne, ne, ne. Na, das recht bringt nichts. Ich bleibe trotzdem in dem Turm. Mal gucken, vielleicht sieht er mich nicht. Wenn ich mich still verhalte. Ich hoffe, ja. Aber wenn der Wigan das Ziel erfasst hat, dann kann ich doch auch schießen, oder? Äh, wie soll ich noch? Dann würde man schießen können. Genau, Wigan hat Ziel erfasst. Ich verstehe, dass... Da ist ein... Hier ist Rolf, einer unserer automatischen Schussanlage. Ey, ich glaub's, ich treffe den. Ich treffe auch den Roboter nicht. Doch, jetzt. Dann sitzt nur einer hinter dem Busch. Ja, nicht mehr lange. Oh. Oh Gott, aber sind ganz viele. Da kommen mehr hinter dem Stein. Easy, einen erwischt. Genau, hier. Ah, der ATS, die ist mir durchgegangen. Ich muss weg. Da oben war einer drauf. Naja. Wir haben jetzt ein paar Punkte gemacht. Oh, ich will mich nicht schossen. Ich geh... Oh, komm ich hier nicht rauf? Doch, komm ich. Ihh, zurück in die Schlacht. Ich bin doch in der Schlacht. Sind die irgendwie mehr? Ich denke nicht. Nein, nein, nein. Ich bin jetzt an dem komischen Java-Auto. Du hättest schon wieder drauf, oder? Die haben die Schüssel hier überguckt. Ja, böllert ruhig drauf auf die. Ich guck mal. Ne, ist ein X. Also, wenn ihr die anvisiert und da ist ein X, macht ihr halt keinen Schaden. Oh nein, zu hochgelaufen. Wie dumm. So, jetzt darfst du draufschießen. Easy. Mach ich das wohl. Kann ich nicht einfach von hier hinten draufballern? Wirkt das was? Ähm, doch. mit vielen Schüssen bringt das was. Oh. Oh. Dann irgendwann, äh, wird gesagt, so und so viel Schadene verursacht. Genau. 80-80 beschädigt. Fünf Punkte mehr. Oder so, weißt du? Oh, hier ist ein Standgeschütz. Geil. Boah, Mann. Von dem Mann. Ganz rechts an dem Java-Auto ist ein Imperialer. Müsste gucken. Der holt uns sonst von der Seite weg. Ganz rechts? Von der Seite? Ja, ja, ganz rechts. Oh ja, ich seh's. Ich komm auch. Oh. Ich dachte, ich könnte dann drunter durchdraufen, aber dann hab ich doch gekriegt. Nein! Ey, der steht da an dem automatischen Geschütz. Der macht uns alle weg. Ich konnte ihn leider nicht treffen. Nächstes Mal muss ich eine Granate werfen. Ja, wir müssen andersrum, gerne. Ich geh niemals andersrum. Ah, hi Maggi. Ich hab ne intelligente Rakete. Ist wahrscheinlich intelligenter als ich, aber... Ich versuch's jetzt mal über die linke Seite. Da sind nämlich auch Tunnelsysteme, ne? Ja, bei dem Ding hat es jetzt gerade irgendwie nicht viel Sinn gehabt, da rumzulaufen. Mit diesem scheiß Läufer und so, da ist es mir schon gut. Und ich hab auch keine... Ich möchte diesen Torpedon mehr, der hier diese AT-STs da beschädigen kann, weißt du? Ich geh in den Tunnel. Ja, ich bin... Warte mal, wieso bin ich nämlich bei euch mit drinnen? Achso, ich bin jetzt der Partner von Herrn Boba Fett. Ah, hi Maggi. Jo, wir sind alle hier. Geil. Ähm, links ist der Feind. Da ist das, weiter. Oh, nein. Friss das. Nein. Aber ich hab mit der Granate ihn voll getroffen. Oh, ich hab's überstanden. Müsste zumindest. Ich bild mir das immer ein. Es ist, weißt du, es hilft so meine Kampfmoral. Wenn ich jetzt sage, ja, ich hab ihn sowieso nicht getroffen. Oh, wo denn jetzt schon wieder? Orbitalangriff, glaub ich. Oh, Boba Fett hat das Raider gezogen. Nein. Ablink aktiviert. Seid vorsichtig. Das Imperium schlägt sicher zurück. Das Imperium schlägt sicher zurück. Seid ihr gut. Au, i, 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 i. Scheiße. Und ich bin wieder so schlecht. Och, Mann, ey. Ich hab jetzt ein Fahrzeug geschossen. Ich hab auch eine intelligente Rakete. Also, das müsst ihr auch mal benutzen hier, die Scheiße. Oh, no, bei der. Ich hab mich sofort umgeschossen. Ich bin im Tunnel. Ich brauche Schussfeld. Ich verstehe ja nicht, wir verteidigen die ganze Zeit die Ablinks, aber wir ziehen denen fast gar nichts ab, irgendwie. Nö, oben auch. Ich stelle jetzt einfach mal hier oben das Ding. Oh. Oh nein. Oh, Luke, du Lappen. Hey, hey, hey. Ach, Mann, ey. Killsteal. Scheiße, BTA-Dieser. Ja, wollen auch irgendwelche Systeme reinschneiden. Mega. Wieder ein Killsteal. Wie Kampflochers ungeschützt. Ja, geht doch mal. Kann ich mit dem Ding noch hier drauf schießen? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den zerstört hab, den Scheiß-Kampfläufer. Steht das da, wenn man den zerstört? Hey, wie viel sind denn bitte hier? Mindestens drei. Ach, komm, ey. Das Feeling ist auf jeden Fall nice. Das Feeling ist super. Das ist so pervers, geil. Wie bin ich hier falsch gelangt? Ich treff' ich treff' die nicht. Ich hab' die genau im Visier. Ich seh' die Lebensanzeige und alles und trotzdem. Die Applikation wurde aktiviert. Ist das schlecht. Also die sitzen ganz außen oben am Berg und halten da rein. Ähm, da kann man auch nicht mit den Geschützen arbeiten. Das ist doch nicht dein Ernst, verdammte Scheiße. Doch, das ist ja das Problem, das ist dein Ernst. Ja, ich bin da hinter einem hergelaufen. Sie machen einfach ihren Körperschnitt an. Das ist immer voll mies. Ich hab' noch nicht so einen Körperschnitt. Scheißdreck hier. Oh, ob ich das überleere? Ja. Oh. Ey, immer wie... Ist egal, wie ich mich entscheide. Ich entscheide mich falsch. Oh, stirbt, oh, ah, stirbt. Okay, ich hab's eingeschaltet. Also, wir haben uns jetzt schon echt sehr weit zurückfallen lassen, ne? Boah. Ich hab' das unten angemacht, aber unten sind sie quasi direkt dran. Aber den AT-AT können wir gerade nicht wegmachen, oder? Können wir gerade nicht angreifen, ne? Moment nicht, ne? Geil, ist voll vorbei. Oh, 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 oh. Ich muss mich nochmal hier sehen. Ich bin so speziell. Hey, die stehen hier außen. Oh, die Bixer. Jetzt sag ich ja, die stehen immer außen, die Penner. Die kommen, das ist ja ein hoher Fett. Wir holen das jetzt den anderen da. Ich würd mir ja so'n A-Wing holen, aber ich bin so scheiße damit. Ich hab' da schon eine Umgebungsbombe, die knall ich hier jetzt vor der Tür. Richtig. Einfach nur in Entfernung kommen von dem AT-AT und dann... ...rin mit Granaten und dem ganzen Scheiß. Warum ist jetzt die nur hochgeladen? Ich hab' auch eine Umgebungsbombe. Wo denn? Die funktionieren manchmal irgendwie nicht richtig. Der ganz unten? Ja. Nein. Wir können da nicht hin, wir müssen da eigentlich Angst haben. Hab' ihn. Das andere Ding ist ja eigentlich safe. Wenn das andere funktioniert, ist das Problem. Boah, die... Ey, das sind Scharfschützen da, ne? Aber richtig übel. Kann man dann sagen, wir können hin oder... Schon wieder Don Promillo. Ja, der knallt mich auch immer noch. Boah, ich hab einen erwischt! Über 5 Millionen Meter! Stimmt, diese... ...die... 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 ...kommer jetzt? Ne, kommen wir noch nicht. Oh, oh. Achtung auf die Scharfschützen! Äh, die sind... ...hinterm... ...8080 jetzt. Die sitzen da im Scheiß. Oh nein, jetzt ist einer bei uns im Gebirge. Achtet drauf. Wir müssen rein, rein. Rein. Rein ist ja ein Motto. Ja, ich bin zu 15, bin zwar immer negativ, aber ich muss rein. Ja, besonders wir haben nicht mehr viel Zeit. Also wir haben nicht mehr viel. Also hier ist alles klar, klar. Ich versuch's mal mit dem... Mit dem, äh, wie heißen die? Es ist kein, ähm, A-Wing, das ist einer von diesen Flitzern. Hier ist es nicht sicher. Könnt ihr mal irgendwie was machen, damit ich den angreifen kann? Ach, weg damit. Zack. Ja, ich hätte mich auf den Boden stürzen sollen, ja. Oh mein Gott. Linkes Kopierger wieder. Ich hab das halbe Gebirge durchgeschnitten. Ne, glaubst du, ich treffe den Penner. Ich bin so schlecht. Und ich mach dasselbe jetzt nochmal. Geh's da nicht. Einen Dioxis-Granade hat er nicht umgegriffen. Ey, ich halte mit diesem Riesengeschiff drauf. Ja, ja, Orbitalwarnung am Arsch. Ich bin auch bei 9,15. Oh, da haben sie uns cheatet wieder, wie, wie ein Gott. Ich brauch diese Macht hier. Ich brauch die Macht. Macht? Wir brauchen endlich mal eine Gelegenheit, auf den Drecks-Typen zu schießen. Wir haben den Ablehnverloren. Ja, dann brauch ich auch hier nicht am Geschütz sein, endlich mal. Wir brauchen den, aber... Ah, 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 ah. Schade, eigentlich. Ich war fast davor ausgelöst, ne? Ach so, das hat er jetzt in den Lüge gegessen. Nein! Der war doch, doch drin, ne? Ich... Nein, da ist weiter. Schnell weg, ich will hier nicht noch sterben. Ach, der AT-AT trampelt gleich auf unser Schiff. Ist egal. Scheiß auf den AT-AT. Wir müssen jetzt auf den... Wir kriegen den, wir kriegen den, hau rein! Der hat nicht mehr viel, der hat nicht mehr viel, komm! Mädels, werft einfach alle Granaten drauf. Fünf! Drei! Zwei! Ja! Ja! Schauer! Auf den letzten Meter! So läuft das! Fünf 17! Ach Gott! Ach, ist das schlecht, wieder mal. Ich meine, der schlecht ist... Nein, aber du bist ja im Herzen. Im Herzen bist du der Beste, weil du hast immer deine Position gehalten. Oh Gott, für das Team! Den habe ich jetzt auf Video. Na toll. Naja. Okay, ich bin Rang 14 geworden. Und, äh, ja. Battlefront kommt manchmal so zwischendurch bei mir. Ähm, wenn ihr mehr Battlefront sehen wollt, guckt auch mal beim Harmson vorbei. Der hat dann immer die Gewinnerperspektive. Und, äh, ansonsten sage ich danke fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da beim Harmson und bei mir. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin! Macht's gut! Sure! Ja!